ja leute noch mal ein kleines update zum aquarium von der tierärztin die haben nachwuchs bekommen wie es aussieht kleine fischis naja hier sind ein paar kleine dazwischen die schnecken die öpfelschnecken haben sich noch nicht vermehrt wie es aussieht moos hat sich prächtig entwickelt deswegen frage ich ein paar pflanzen vorbeibringen für euch